jo leute hier ist wieder euer akbar und nach langer zeit habe ich mal wieder ein trophy hack am start und zwar bei borderlands pre-sequel könnt ihr ganz einfach die trophäe herausforderer in englischen challenger freischalten und zwar einfach meine safe game unten in der description download ist schon auf deutsch eingestellt weil ich habe auch noch als special future kompletten safe game set von borderlands es klappt alles ohne jailbreak kann man sich jede trophäe erhecken bloß die region ist auf usa eingestellt da muss man auf eu einstellen aber mit brute force geht das ganz einfach kann man auch ganz leicht auf youtube nachgucken das gibt sich tutorials wie das geht also da gibt es eigentlich keine probleme das war es auch schon und ich würde sagen haut da rein